Willkommen zurück zu GTA Online. Ich mach mal kurz noch an, dass ihr die anderen hören könnt. Ein paar sind noch im Teamstreak bei den anderen, aber wir haben es leider nicht reingeschafft. Also denn, wir gucken hier gerade in Caddy rum. Ohne Reifen schimmeln wir hier über die Bahn, mit Blonk. Der muss noch 10km fahren. Ohne Übertreibung, ich schrei gleich auf. Aber ich schaue mal, wo er mir markiert hat. Oh mein Gott, das geht sehr weit nach oben. Bis oben zur Insel. Aber naja. Da ist irgendwas mit der Insel ganz oben. Da ist ja nichts Kinder geflischt haben, glaube ich. Warum schreist du eigentlich immer so in dein Headset? Echt? Ja, du. Ich schreie nicht. Du bist voll laut immer. Doch, manchmal kommt es ganz schön krebsig, ja. Ich weiß nicht, wahrscheinlich zu nah dran an meinem Mund. Was habt ihr gesagt? Boah. Oh Gott. Dann sag das doch einfach. Woher soll ich denn das wissen? Du hast doch gar kein Radarmarsch. Also ne, das ist ja ab und zu mal. Mich stürzt nicht so sehr. Ab und zu mal, aber was soll ich denn das sagen? Vielleicht nicht. Kein Radarmarsch. Ich merk das nicht. Der Fox, der hat jetzt nicht früher gemacht, die heißt Avengers. Oh, hab ich auch schon gesehen. Oh, mit dem 9. Mit dem 9. Mit dem 9. Ja, der liebt den Avenger. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh Ja, die Falle braucht noch sieben Kilometer. So unglaublich scheiße gerade. Unglaublich wie langweilig das gerade. Wir haben ein bisschen anstupsel. Verdrängler bin ich, nicht Hupe. Ach, Valle, man. Lern fahren. Guck dir über die Bahn. Dennis ist gar nicht dabei, oder? Dennis ist gar nicht da. Heidutraut. Kein Terrorist dabei. Wir haben sie deswegen Avenger reingelassen. Ja, wahrscheinlich. Oh Gott, ich bin nicht ins Schild rein. Hey Avengerl. Die Pfeife. Hätte ich zuerst gefragt, welches sind. Ja, da sind die... ...Commissioner und so was, glaube ich, diese Buchstaben da dann bei den Namen. Ganz so quasi bei den Spielerbildern. ... Wie das aussieht. Vor allen Dingen, ich würde das aber auf so einen kleinen Propellern fahren würde, weil die Felgen so komisch ausschauen. ich weiß für die Faxen hier bei Gronkhien der Kalle ich wichse mir auch die ganze Zeit ein der kommt gar nicht mehr von der Stelle wie das aussieht und dann kommt er gar nicht mehr mit dem Auto klar nimmst du eigentlich auf? nimmst du auf? oh man jaaa ich gehe wieder weiter weg du ja du bist sowieso so laut dich hört man bis aufm anderen Kanal nja man da kann ich mir doch sagen wer soll soll ich das wissen wir haben unseren privaten Team Speed die und hier kommt nicht jeder rein nur durch jeder der fragt aber naja da wisst du ja sowieso überlabert eigentlich ja kommt drauf an weil die kriegen es ja immer gut hin nicht durcheinander zu quatschen aber wenn da jetzt neue dazukommen die müssen sich da erstmal dran gewöhnen der Avenger der war ja glaube ich noch nie in so einem Team Speak oder überhaupt so etwas in der Art der 616 hat ja schon so ein bissl Erfahrung bekommen mit der Pandoria und mit dem Pfefferbrötchen ja frag mich ob die jetzt nicht auch drin ist die denkt da wahrscheinlich auch hä wie? Avenger? aber ich nicht voll mies wir wollen keine Frauen Gronkh rechts Gronkh rechts oder willst du zur Werkstatt der will bestimmt zur Werkstatt der will bestimmt zur Werkstatt der hat keinen Bock mehr auf kaputter Reif würde ich an seiner Stelle auch machen wenn die direkt in der Nähe ist überhaupt macht er auch oder ne du weißt ja was macht der du weißt ja was macht der wo willst du hin geht er zurück auf jeden Fall ja ich fand's ein patent spray hat er doch die Einfahrt verpasst hat er gepennt ja ja Sekundenschlaf und ich bin ihm blind hinterher gefahren bis in den Tod Gronkh 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 sehr wohl dass ich dass er gleich sterben wird ja beim dritten Mal ist er auch mindestens einmal tot ja sauber endlich ja aha nett hat er das von eben wieder gut gemacht mit dem Armwacht macht er jetzt den Boss ich bin cool ich bin cool ja mal gucken was er so zu erzählen hat wenn er nachher aus dem Teamstick wieder kommt nichts ich hab erzählt dass ihr voll mit scheißen seid ich hab gesagt ihr wollt alle auf der Crew fliegen was oh nein 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 naja hier zu den Inseln wollte er sowieso mal Mannwalle ich brauch ein Bobbele ich brauch ein Cargo Bobbele ich brauch ein Cargo Bobbele ich brauch ein Bobbele ich brauch ein Bobbele Cargo bitte ich komm hier nicht mehr raus ich hab mich hier festgefahren oh Curry aber wär schon geil gewesen zu Weihnachten so aber dann hätte ich nicht welchem Teamstick hätte ich glaube ich nicht aufnehmen können weil mein Kabel ja so scheiße da hängt und das ich weiß nicht ob das gepasst hätte mit dem anderen Scheiß hier das angeschlossen gekriegt hätte weil der Laptop musste an eine andere Stelle dann dafür wenn ich zwei Sachen mit Internet versorgen will ach Kronk ey jetzt die Reifen mal ganz gelassen H616 schiebt uns an ich muss mein Auto erstmal zerstören Mechaniker ich hoffe du kannst mein Auto bis zum Strand bringen oooooh ich hab Kops ich bleib tapfer sitzen auch wenn es 100 Jahre dauert ach nee hier kommen die Kops sowieso nicht hin ich bleib tapfer sitzen das ist grad so langweilig da kommt ihr ja auch mal an hier das schaffen wir ja heute auch mal vielleicht ach so der kannst du mir nicht bringen weil ich Kops hopp du lapp mich Anika bewegt dein Arsch hier ach Tunnel RB Fahrgast die 50 Dollar da Alter was schießen die auf uns fick dich die schießen auf mich oder auf Sarazza Junge Currywurst du Spass die Alte jetzt bist du tot ich hab ihr extra so geschrieben willst du wieder böse sein ich hol jetzt meine eigene Karre und dann schieb ich die da mit Krawall raus ach da kommen ja schon die Bullen ey ach da kommen ja schon die Bullen ey aber diesmal waren wir nicht schon ja Currywurstchen Bastard dann hier immer bis zur Straße rennen muss für ein Auto Okidoki I get you out of trouble aber ich will das doch gar nicht hier ich will ein Mechanica holen und meine Auto wiederhauen unterwegs komm bewegt dich Mechanica shit sorry er kann nicht kommen warum ich muss da wieder hoch warte mal ich schick mal ähm seltener auf Currywurst die Idee da kommt mein Helikopter so da kommt mein Helikopter mein Helikopter Boah das kann nicht los da wurden losgeschickt und rausgekriegt Ah haben sie ihn doch schon rausgekriegt NEIN es haut ab tick dich oder nicht HALTET DEN HALTET DEN HALTET DEN blablabla blablabla darf ich jetzt nicht sagen channel chanel oi oi ohohohohoho Machen die da ey prügel die sich wieder hm Bifter oh ich muss ja immer noch Mausmittel anrufen ey ja weil ich die ganze Zeit irgendein scheiß anderes Zeug hier anrufe VOR Sie HALTET DEN hohohohohohohohoho ähm ich hab ne Ich hab ne du kannst nicht nur grad mal zur straße fahren kann hier nix machen HAUT AB DU TEAM SPEAK SEUCHE DU Hier sind die echte VIPs. Hier kommt noch nicht mal Gronkh rein. Sobald er nicht will. Jetzt hab ich Bullen wegen dir, du schlanke. Oh ja, sie kommen hier grad schon runtergefahren. Aber ich Karimus getötet hab. Die Söldener sollen ihn mal angreifen. Die Söldener haben Karimus gekillt. Leg die nicht bei uns, okay. Das ist auch so ein Bug für Gronkh hat den umgelegt. Dankeschön. Da strennt die Söldener haben Currywurst. Ja, aber bei mir stand Gronkh. Genau. Alter. Seid die oben auf der Insel drauf, oder was? Boah, wie so alle brennen. Boah, jetzt machen sie wieder noch Zerschnetzungen, oder was? Armageddon hier. Sind die nur zum Fighten hier hochgefahren? Ich versteh's auch nicht. Nur die einzige Erklärung, irgendwie. Haben jetzt hier noch Beef, oder was? Die machen nicht mit, solange ich nicht gekillt wurde. Da, da, da. Was? Sind die ja schon wieder woanders, die ganz Null. Gruppenkuscheln. Alter, Gruppen. Nein! Oh, ich hab ne Granate. Die hat gehört auf. Nein! Ich bin verbrannt. Was, Pandoria, du vor? Dich erwischt ich noch. Rennmädchen, renn um dein Leben. Und wo bin ich gespawnt? Geld. Tot. Heh, Geld, tot. Das war ja aus Versehen, würde ich mal sagen. Helgron, das ist meiner! Ja. Boah. Curry, ey. Lass dich los, mein... Ich mach jetzt mal was Lustiges. Tschüss. Bring mal deine Karre lieber da weg. Ja, ich sehe. Forza. Airstrike confirmed. Please drop a flare at the target location before the jet arrives. Es leuchtet. Schnell diese Zink da weg. Ich fress mein Bart. Ich könnte gerade echt Amok laufen ey. Ich bin so traurig. Na, wer will? Wer hat noch nicht? Ich hoffe, dass die spawnt irgendwann noch. Oh oh. Der zünd alement, los! Der zünd das ding, los! Boah, ich bin agro, ich bin agro, ich bin agro, Sarah, ich bin agro! Scheiß Autos, scheiß Sand, scheiß Wasser, alles brennt hier, ooooh, ja, nein, alles, was Sam, ihr hättet so alle gestorben, ihr hättet alle so rumgeschrien, Onkel ist heute unausstehlich, Rage Mode, nicht Rage Mode, Onkel Mode, stimmt, he he, als der Avenger rastet aus, das wird so treibt dich gerade so, fühlt sich cool Avenger, da ist weg die Muni, zack zack, da ist der böse Buck, he he he, nein, 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 boah, ich wär fast in den scheiß Kreis gelaufen, aah, schon wieder, he he, Gronkh hab ich irgendwie so noch nie in einem Video gekillt, ne? Na, ich hab mich jetzt gerade aus Versehen gekillt, oh, hi, der hat das gehört, oder was? Da kam die Einladung, he he, da kam die Einladung, he he he, wenn man vom Teufel spricht, warte, ich geb ihm mal Nackenschelle, hm, Nackenschelle, hä, gleich, gleich, oh mein Gott, neiiiih, he he he, na komm schon, Kronkilein, bleib allein, hier, Alter, so Schwur kann auch nur Curry aussehen, das ist sehr übel, he he he, dann wir schon wieder, äh, Tipps von, von der Pandoria bekommen, Bitteschön, ihr zwei Süßen! Eieieiei, he he he, wir sind voll brutal gerade, ey! Oh, Alter, sie ist auch weg! Was treiben wir jetzt hier eigentlich? Keine Ahnung, wir vernichten die die ganze Zeit! Das hat mein Auto! Aber, keine Ahnung, ihr habt gesagt, der Avenger soll Bescheid sagen, wenn die was vorhaben, hat nix gesagt, von daher... Wenn ich richtig ausraste, dann haben wir echt ein Problem hier! Schulds, mein Panzer! Leider! Hau! Genau, komm, das Panzer holen! Nein! Man kann ja was töten! Don't stop pop rock! Oh, Unkel! Warte, Unkel, kannst du nochmal so ein Airstrike? Wir machen beide mal Airstrike! Wenn man hier richtig gemult entsteht, aber erst wenn sie sich wieder sammeln! Ja, jetzt stehen sie hier bei den Autos, das ist doof! Naja, lass mal auch so weitergehen, vielleicht kriegen wir die da rüber gelockt! Guck mal, der nächste nehm hat nen Umbring, den bringe ich dann um! Kononum! Ich schnüffel, das Bösewicht! Mensch, das ist ja alles so schrittvoll! Die stehen grad so, machen die Folgen einen Cut, oder was? Ich, ja, ich weiß nicht, kann sein! Och, ja, müsste! Boah, so ne Riesenwelle da hinten ankommen! Und sie verschwindet wieder! Haben wir die Fahrzeuge weg? Tja, da machen wir auch jetzt mal einen Cut! Keine Ahnung, ob die einen machen, aber... Drauf gefiffen! Bis zum nächsten Mal! Hey! Come? Dann kurling! Ha! Ja! 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 ... Da... Du! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020